Hey Mann, ich hab ein Geschenk für dich. Haha, eine Zugpfeife. Das ist nett. Ja, wegen deines, ähm... Meines Zugfetischs. Du weißt es noch. Ja, ich meine, wie kann man all die unangenehmen gemeinsamen Fahrten zur Arbeit vergessen? Ich sag dir was, das Geschenk wäre viel spaßiger gewesen, wenn ich es nicht... Du weißt schon, direkt gesehen hätte. Was? Es ist nur, du hast mir das Geschenk gegeben und ich wusste direkt, was es ist. Richtig. Ja. Ich bin einfach der Meinung, dass du mich noch etwas länger hättest auf die Folter spannen können. Ich schätze, dass es mir leid tut. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Ja, schon gut. Ich hab hier nämlich auch was für dich. Oh, danke. Ja. Das, äh, das ist ein wunderschönes Rechteck. Mach das Papier ab. Was? Ja, ich hab's in Papier eingewickelt. Nimm einfach das Papier ab. Oh, ähm, okay. Okay, also, das ist auch eine Zugpfeife. Ja, blass das schöne Ding doch einmal kräftig. Ja, nein, vielleicht später, wenn du nicht da bist. Aber, aber danke, das ist nett. Gern geschehen. Und hast du gemerkt, wie viel besser diese Geschenkerfahrung für dich war? Was meinst du? Ich hab dir das Geschenk gegeben und du wusstest nicht, was es war, bis du das Papier abgemacht hast. Genau. Also hattest du noch etwas Zeit, in der du nicht wusstest, was das für ein Geschenk ist? Das ist toll. Ich schätze schon. Ich hatte diese extra Zeit nicht. Ich hab das Geschenk direkt gesehen. Also war die Überraschung nicht so effektiv. Ich glaube, wir hatten ähnliche Level der Überraschung. Ich bin der Meister der Spannung. Dieses Geschenke einpacken wird die Welt verändern. Also, was mach ich jetzt mit diesem Papier? Recycle ich das oder... Ja, ich meine, nein, das hier hat Glitter drauf, also muss das natürlich in den Müll. Also ist das einfach nur sofortiger Müll. Ja, aber vor einer Sekunde war es doch der Hüter der Geheimnisse. Scheint mir eher verschwenderisch. Ich meine, mit diesem Geschenke verpacken Zeugs kann ich Geschenke offen hinlegen, vielleicht noch einen Baum fällen, einen Haufen voller Geschenke vorlegen. Niemand würde wissen, was darin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du Überraschungen liebst oder einfach nur Bäume hast. Oh, beides gleich, ganz klar. Okay. Aber nicht so sehr, wie ich Züge liebe. Das wusste ich, ja. Alles klar, nun Glückwunsch zu der ganzen Geschenkverpack-Idee, schätze ich. Oh Mann, du hast es nicht, wahr? Ich glaube einfach nicht, dass die Leute anfangen werden, ihre Geschenke für zwei zusätzliche Sekunden der Spannung einzupacken. Weißt du, das scheint mir mehr Arbeit für nichts zu sein. Schau, ich habe mir gedacht, dass du dieses Geschenke einpacken nicht mögen wirst, also habe ich dir was anderes besorgt. Hast du? Habe ich und ich hoffe, dir gefällt es. Okay, danke. Ich schätze, das Geschenk ist hier drin, in der Tüte. Nein, die Tüte ist das Geschenk. Warum sollte ich ein Geschenk in eine Tüte packen? Gott, weiß ich nicht. Das ist eine blöde Idee, das ist es.